KRONE HIT. Freizeittipps. Hi, da ist Captain Luke aus Guten Morgen Österreich und ich bin heuer dabei beim Vienna Charity Run. 18. Mai im Türkenschanzpark in Wien. Mach mit und lauf zum meisten Musik für den guten Zweck. Alle Infos für dich und die Anmeldung jetzt online auf vienna-charityrun.at Viel Spaß bei den Veranstaltungen deiner Wahl.